Servus, Grüß Gott, Moin, Gude, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute ist Volkstrauertag 2022 und wir wollen mal ein Thema aufgreifen, das nicht so direkt in unseren Kanal passt. Wir wildern sozusagen. Ihr seht es ja schon an den zwei aufgestellten Büchern. Wir befassen uns mit Major Walter Nowotny. Mir ist per Zufall, also beim Aufräumen, sind mir einige alte Bilder in die Hände gefallen und die werde ich euch heute zeigen. Also Major Walter Nowotny, Brillantenträger, der erste Yachtflieger mit über 250 Luftsiegen. Gefallen am 8. November 1944 in der Nähe von Bramsche. An seiner Abschlussstelle wurde ein Gedenkstein errichtet und da fand früher am Volkstrauertag immer eine Kranzniederlegung statt. Also ich habe mal 1994 an so einer Kranzniederlegung teilgenommen und habe Fotos geschossen, die will ich euch heute zeigen. Damals noch unter Beteiligung der Bundeswehr. Ihr seht hier, Offiziere der Luftwaffe legen also einen Kranz nieder. Aber wie gesagt, ich werde euch noch ein paar Bildchen zeigen und auch ein bisschen was über Nowotny erzählen und euch den Mann mal vorstellen. So, ich habe damals nicht nur Fotos geschossen, sondern auch im Anschluss einen Artikel verfasst, den ich euch heute vortragen werde. Also, los geht's! Alljährliche Gedenkfeier am Volkstrauertag an der Absturzstelle des Major Nowotny in Bramsche. Sonntag, den 13. November 1994, Volkstrauertag, Epe bei Bramsche. Kurz vor 11 Uhr versammelten sich ehemalige Kameraden, Bundeswehrangehörige und Anwohner an der durch ein schlichtes Mahnmal gekennzeichneten Absturzstelle des gefallenen brillanten Trägers Major Walter Nowotny. Nach einer Kranzniederlegung durch Offiziere der Bundesluftwaffe erfolgte eine bewegende Ansprache eines früheren Kameraden. Er erinnerte an die 258 Luftsiege, die der tote Kommandeur auf nur 442 Feindflügen errang. Im Geiste steht die Gestalt Walter Nowotny vor uns, dessen wesentlichstes Merkmal seine meist lachenden Augen waren. Die Rede endete mit dem Bekenntnis, ich hatte einen Kameraden, er flog an meiner Seite, einen besseren findest du nicht, und der Hoffnung, dass der Friede bald auf der ganzen Welt Einzug halten werde. Wer war dieser junge Offizier, der noch heute von Freunden und unseren ehemaligen Gegnern geachtet und respektiert wird? Geboren am 7. Dezember 1920 in Gmünd, Niederösterreich, als Sohn des Bahnbeamten Rudolf Nowotny, als Jüngster von drei Brüdern. Am 1. Oktober 1939 erfolgte seine Einberufung zur Luftwaffe. 1941 finden wir ihn im Jagdgeschwader 54 an der Ostfront. Das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes erhielt er am 4. September 1942 als Leutnant und Flugzeugführer in der 9. Staffel Jagdgeschwader 54 nach 56 Luftsiegen. Im Juni 1943 begann sein kometenhafter Aufstieg, der ihn bis an die Spitze der deutschen Jagdflieger bringen sollte. 100. Luftsieg am 15. Juni 1943. Nach 189 Abschüssen bekam er am 5. September als Oberleutnant und Staffelkapitän der ersten Staffel Jagdgeschwader 54 das Eichenlaub zum Ritterkreuz verliehen. Die Schwerter erfolgten am 22. September 1943. Nowotny ist bereits Hauptmann und Kommandeur der ersten Gruppe Jagdgeschwader 54 nach 218 Luftsiegen. Jetzt war er der erfolgreichste Jachtflieger der Welt. Aber sein Siegeslauf war noch nicht zu Ende. Am 14. Oktober errangte Hauptmann als Erster in der Geschichte des Luftkrieges den 250. Luftsieg. Daraufhin bekam er als 8. Offizier der deutschen Wehrmacht am 19. Oktober 1943 von Hitler die Brillanten verliehen. Hitler selbst rief kurz vor Mitternacht desselben Tages in der Rehabar in Wilna an und gratulierte dem dort anwesenden frisch dekorierten Flieger zu dieser hohen Auszeichnung. Eng verbunden mit Walter Nowotnys Erfolgen war die treue Kameradschaft mit Leutnant Anton Döbele, Ritterkreuz-Postum am 26.03.1944, Rudolf Rademacher, Ritterkreuz, 30.09.1944 und seines Katschmarek-Kall-Quacks-Schnörder-Ritterkreuz am 22.03.1945. Zusammen erzielte dieser Schwarm etwa 450 Luftsiege. Besonders herzlich war auch sein Verhältnis zu den schwarzen Männern, den Kameraden vom technischen Personal, ohne deren vielseitige Hilfe die großen Erfolge der Flieger niemals zustande gekommen wären. Am 15.11.1943 nach dem 256. Luftsieg erhielt der Kommandeur Flugverbot und wurde am 6.02.1944 Kommodore des Schuljagdgeschwaders 101 in Po, Südfrankreich. Am 19.11.1944 erfolgte Nowotnys Kommandierung zur Erprobungsstelle der Luftwaffe in Richlin. Dort stellte er am 26. September das Erprobungskommando Nowotny in Achmar und Hessepe auf. Mit dieser Einheit sollte die Eignung des Turbinenjägers Messerschmitt Mi-262 als Jagdflugzeug bewiesen werden. Seit dem 1. September bereits Major war Walter Nowotny mit noch nicht ganz 24 Jahren der wahrscheinlich jüngste Major in der Wehrmacht. Die zwei wesentlichsten Aufgaben des Kommandos Nowotny waren einmal die Umschulung alter Flugzeugführer von der Focke-Wulf FW-190 auf die Mi-262 und zum anderen den Turbinenjäger im Raum von Osnabrück probeweise gegen die täglich anfliegenden Bomberverbände zum Einsatz zu bringen. Dies war die Geburtsstunde des ersten einsatzfähigen Düsenjägerverbandes der Welt. Probleme bereiteten dem jungen Kommandeur unter anderem Start und Landung der Mi-262, da während dieser Phase die neuartigen Flugzeuge gegen Angriffe von Propellermaschinen am empfindlichsten waren. Zum Schutz wurden daher Platzschutzstaffeln ausgerüstet mit der FW-190D und stärkste Flak aufgeboten. Am 7. Oktober gelangte Nowotny noch der Abschluss einer Boeing B-24. Am 7. November besuchten Generaloberst Alfred Keller, der Führer des Nationalsozialistischen Fliegerkorps, und Generalleutnant Adolf Galland, der Generale Jagdflieger, das Kommando. Gegen Abend entstand Verstimmung, als Keller die Einsatzfreudigkeit der Flugzeugführer anzweifelte und die Älteren alt, also in dem Fall nicht körperlich alt, sondern langer Fronteinsatz. Nowotny flog beinahe drei Jahre ohne Unterbrechung. Also der hat die älteren Jagdflieger, zu denen auch Nowotny gehörte, der Feigheit bezichtigt. Nowy, wie er von den Kameraden häufig gerufen wurde, protestierte energisch. Schließlich kam man zu der Überzeugung, dass es in der deutschen Luftwaffe niemals ein feiges Drücken gegeben hat. Dann nahte jener tragische 8. November 1944. Am frühen Vormittag fanden sich die beiden Generale im Gefechtstand bei Major Nowotny ein. Starke Bomberverbände wurden gemeldet. Nach kurzer Besprechung erfolgte der Einsatz von den beiden Plätzen Achmer und Heseber aus. Abschüsse von Bombern wurden erzielt, aber auch zwei eigene Maschinen gingen verloren. Nowy hielt es nicht länger auf dem Boden aus. Obwohl General Gallant ihm befahl, bei ihm zu bleiben, startete er zum Einsatz. Einen Sieg konnte der Offizier noch über einen Viermotorigen erringen, dann ereilte ihn sein Schicksal. Die genaue Absturzursache konnte nie geklärt werden. Es kann aber als durch amerikanische Unterlagen gesichert gelten, dass er nach Ausfall eines Triebwerkes sich dem Angriff amerikanischer Jäger durch Sturzflug entziehen wollte und beim Durchstoßen einer Wolkenschicht nicht mehr rechtzeitig abfangen konnte. Senkrecht bohrte sich seine ME-262-Army-1-110-400 mit der weißen 8 in die Erde. Daneben der halb geöffnete Fallschirm mit den sterblichen Überresten des Kommandeurs. Gallant hatte den Tod vieler Jagdflieger mit ansehen müssen, aber diese Szene ging ihm wirklich an die Nieren. Der General sagte später einmal über Nowotny, Zitat, Er war der beste junge Mann, den Deutschland hatte. Er war ein ausgezeichneter Jagdflieger, der eine besondere Eignung für ein höheres Kommando mitbrachte. Er hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit Marseille, mit der Ausnahme, dass er reifer und ernsthafter war und über eine bessere Ausbildung verfügen konnte. Obwohl er erst 24 Jahre alt war, war er zum Geschwader Kommodore geeignet. Am Abend, bevor er fiel, sprachen wir lange miteinander. Es macht mir Freude, mich mit ihm zu unterhalten, obwohl ich in jenen Tagen nicht gerade gesprächig war. Ich glaube, er war in jeder Beziehung ein außergewöhnlich guter Mann. Zitat Ende Gerne hörte Hitler Berichte von alliierten Angreifern, die von Nowotnys Düsenjägern vom Himmel geschossen wurden. Er, der die ME-262 anfänglich nur als Blitzbomber, nicht aber als Jagdflugzeug, wie es unter anderem Galant, Milch und Speer von ihm forderten, Einsätze gab aufgrund der Erfolge, die das Kommando Nowotny erzielte, nach. Endlich durfte die ME-262 auch als Jäger in die Serienproduktion gehen. In einem Sarg wurde der Leichnam des gefallenen Offiziers mit der Bahn von Bramsche nach Wien transportiert. Am 15. November fand im großen Zeremoniensaal der Wiener Hofburg der feierliche Staatsakt statt. Unter reger Anteilnahme wurde Walter Nowotny dann bei der Lueger Kirche in einem Ehrengrab der Stadt Wien auf dem Zentralfriedhof beerdigt. Bald darauf errichteten Kameraden an der Absturzstelle auf dem Grundstück des Bauern Friedrich Riesau ein kleines Denkmal mit der Hinschrift. Hier fiel am 8.11.1944 nach 258 Luftziegen der Träger des Ritterkreuzes mit Eichelabschwertern und Brillanten Major Nowotny für Führer, Volk und Vaterland. Die Tafel wurde 1945 von durchziehenden Polen entwendet, wiedergefunden und befindet sich heute im Gewahrsam von Henry Riesau. Von Angehörigen der Deutschen Jugend Osten und eines Segelfliegerverbandes wurde die Gedenkstätte wieder hergerichtet, nachdem dort die sinnlose Zerstörungswut freigelassene Ostarbeiter gewütet hat. In den 1960er Jahren nahm die Fliegerhorstgruppe Reine des Jabogeschwaders 36 das Ehrenmal unter ihre Fittiche. Durch Spenden der jungen Soldaten wurde viel zur Verschönerung der Anlage beigetragen. So, wie hat euch unsere Wilderei in fremden Revieren gefallen, der Luftwaffe? Ich muss fairerweise sagen, ich bin auch Fördermitglied in der Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger, habe also auch an einigen jährlichen Treffen teilgenommen und habe auch etliche Ritterkreuzträger von Luftwaffe, Heer und Marine natürlich auch kennengelernt. Also, Otto Kajos. Genau, Otto Kajos, den haben wir sogar in seiner Tigerapotheke besucht. Hajo Herrmann habe ich besucht in seiner Anwaltskanzlei. Also, wir planen da, wie gesagt, mehrere Videos mit Ritterkreuzträgern und da werde ich euch ein bisschen erzählen, was für einen Eindruck ich von den Männern gewonnen habe. Also, wir sagen danke, tschüss und servus, bis zum nächsten Mal, euer Marine Kalender.